Unsere Inspiration of the Week kommt von Umi Yanta, der 29-jährigen Berlinerin, die über Nacht weltweit berühmt wurde. Bei Instagram postet sie Videos, in denen die gebürtige Senegalesin auf Rollschuhen tanzt und dabei unglaublich cool und unbeschwert aussieht. Am 22. Juni hatte Umi dann einen 52 Sekunden langen Clip hochgeladen, den Sängerin Alicia Keys teilte und von Stars wie Topmodel Giselle Bündchen kommentiert wurde. Durch diese prominente Unterstützung ist der Account der Berlinerin innerhalb kürzester Zeit von 54.000 Followern auf inzwischen fast 800.000 Follower angestiegen. Entdeckt hat Umi ihre Leidenschaft schon vor vielen Jahren, als sie auf ein Rollschuh-Disco-Event ging und sich sofort in das sogenannte Jam Skating verliebt hat. Unter Jam Skating versteht man einen afrikanisch-amerikanischen Skating-Style mit einem Mix aus Tanz, Hip-Hop und Gymnastik. Heute hat Umi ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie gibt Unterricht und organisiert Rollerdiscos. Wir finden, Umi zuzuschauen macht gute Laune und fühlt sich nach Sommer an.